So, und da bin ich auch schon wieder. A woman screams echo through the plaza. They seem to come from the north. Ja, das ist halt das einzige Gebäude, wo wir noch nicht drin waren. Und deswegen machen wir hier mal ein paar Vorbereitungen. So, äh, bum, 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 bum. Da, wäre blöd. Cast, so, so, so. 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 Und so. Cast. 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 Machen wir mal noch nicht. Was hast du noch? Du hast noch Mirror Image. Resist Fire. Sparen wir uns mal. Wird schon klappen. So. Dann schauen wir mal was wir hier haben. The temple is packed with a fiendish congregation from the altar. About the corner you hear Gothmina's horrid voice. Gothmina stands at the twisted altar. A malicious smile plays across his fangs as he watches Sasha being forced down the aisle. She struggles vainly against the drow holding her. Oh. Romantische Musik. Oh nein. Gaun hat sie ja trotzdem noch. Schön im Hintergrund die dämonischen Augenpaare. Sehr nett. Gothmina begins the ceremony and Sasha sings to her niece. Plaintiffs scream dying on her lips. Cardona laughs gleefully at the sight. Do you rescue her? Müssen wir wohl. Gothmina bellows. Cardona. It seems you cannot even rule while under my wing. Either take care of these annoying pests or suffer my wrath. The dust raced by his wings as he leaves half blinds you. Ach du hast du feiger. Cardona's bloodless eyes glare at you with cold fury. You see his rage built until he charges you with a wordless cry. Okay. Was haben wir hier? Wow. Okay. Resist fire. Wäre gar nicht so doof gewesen. Ach da hier ein eigenes Icon. Oh wow. 122. Na gut. Haben wir mehr noch. Nur die. Die. Und die. Wieder zwei Gruppen. Das ist wieder sehr nett. Okay. Wow. Hm. Quatsch. Nicht hier jetzt in die falsche Taste drücken. Wow. Quatsch. Quatsch. Nicht hier jetzt in die falsche Taste drücken. Das brauchen wir überhaupt nicht. Hier mal ein bisschen. Wow. Das ist. Bzzz. 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 Okay. Das müsste klappen. Bzzz. 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 Gott, ihr habt alle eure Rettungshöfe. Das ist ja frustrierend. So. Jetzt machen wir die Dinger mal weg. Ja, unser Rüstungskleis ist doch schon ein bisschen besser. Aua, 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 aua. Ich wollte gerade sagen, irgendwann musst du da auch mal sein Image treffen. Ei, 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 ei. Okay, 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 okay. Ja, hilft nichts. Hier müssen wir nochmal... Die Dark Lords, die stören mich da definitiv. So geht's nicht, aber so geht's. Richtig, richtig. Na, auf mit dem Scheiß. Wie warst du noch? So, äh, kannst du ja eh nicht viel machen. So, sehr schön. Probier ich's gleich mal aus. Werde ich früher oder später sowieso wissen müssen, ob die Lightning Bowls abkönnen. Äh, du gehst mal lieber weg hier. Okay, super. Okay, super. Besonderes, oder? Nee. Gute Cardona, gar nichts angehabt. Keine super magischen Super-Sachen. Ist ja furchtbar. Minus sieben. Minus sieben. Minus sieben. Na gut. Nö. Congratulations, Party... Oh, wow. Sascha grips your arm fervently. Oh, thank you, kind souls. I know now... I now know... Äh, there truly are things worse than death. Oh, my life has been such murmurry. How can I ever repay you? Ähm, indem du uns magische Ringe gibst. Quickly, Sascha slaps the tears from my eyes and straightens her shirtwaist. Äh, she hands you a purse. Here, take this. It is all I have. Und wir kriegen Ringe, richtig? Richtig. Äh, diesmal habe ich mir aber aufgeschrieben, was für welche, oder? Äh, verdammt mich. Äh, ja, Wing of Protection. Naja, besser als nix. Ähm... Minus sechs. Minus acht. Minus fünf. Minus drei. Oh, da ist ein Ring plus vier hier. Wow. Äh, wow. Okay, 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 okay. Ähm... Return to plan when this is all done. You will be rewarded properly then. She skirts out the door. Sehr gut. Und was machen wir? Wir machen wieder zurück. Dumm, dumm, dumm. Äh, wie schön. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hmm... 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 Hm... Sorry, Brian. Buff. 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 Na komm, Wertner. Kill für dich. Haha, super, ne? So, kein Treasure. Ja, wissen wir. Guten Tag! Ja, ja, bla bla bla. Rest. Fix. Okay. Hm, 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 hm. So. Exit Chain. Wow, noch ein Level. Kommen den Level 40? Doch verdammt nahe. Na gut, ihr beide könnt sowieso nicht mehr aufsteigen. Äh, Rest. Kannst du noch Neues memorieren? Ne, jetzt hast du auch, auch Ende Geländer, ne? Bei dir auch. Jo. So, ich glaube wir haben jetzt noch einen Kampf hier. Gothminis sneers maliciously as he comes up behind you. Mortals, give up your hopeless crest. It is beyond your power. So stay and enjoy our little town. Ah, here comes your escort. Den Kampf habe ich gemeint. Minions. Und hier stehen aber schon auch noch... Ne? Nur die? Na gut, das ist ja handhabbar. Ne? 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 Meine Güte. So. Entfernen wir doch erstmal die blauen. Bei roten treffen wir eh nicht. So. Und tschüss. Oh Gott, keine Nummer aufsteigen. Gott, wie viel Erfahrungspunkt hat das denn gegeben? Verdammt. Ich meine, ich beklage mich nicht. Also dieses Retten von, von Sascha muss ja wahnsinnig viele Punkte gegeben haben. Jo. Ja, ja, ja. Ja. Wow. Haha. Gott, wir schaffen es tatsächlich noch an Level 40, wa? Ich fass es nicht. Äh... Äh... Ist... Ja, gut. Achso. Ich bin doof. So. Ne. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beende ich immer wieder das Video und bin gleich zurück. Bis dahin. esto Name. Sorry. Mach. Ich bin ruhig...